Die News zu The Day Before reißen einfach nicht ab. In den letzten Tagen habe ich ja schon mehrere Videos gemacht, wo ich mich einmal ein bisschen mit der finanziellen Seite auseinandergesetzt habe. Also was ist ganz konkret mit dem Geld von Steam passiert? Haben das die Entwickler jetzt? Sind die damit abgehauen? Oder hat das noch Valve? Oder auch mit der Vorgeschichte von The Day Before. War das von Anfang an so als Scam geplant oder ist da irgendwas ganz anderes schiefgelaufen? Und jetzt wo alles kaputt ist, kommen auch immer mehr ehemalige Angestellte raus. Also tatsächliche Entwickler, über die werde ich in diesem Video sprechen, aber auch solche Leute wie die freiwilligen Angestellten, also die Volunteers, die sie hatten, die zum Beispiel auf Discord und Reddit Community Support gemacht haben, aber teilweise auch sehr aggressiv aufgetreten sind. Über die möchte ich noch sprechen. Das ist ein Video, was wahrscheinlich morgen kommt. Und übermorgen kommt nochmal was über das Finanzielle, nicht so über die Steam-Seite, aber über das, was vielleicht von dem Publisher MyToner in den letzten Jahren geflossen ist. Obwohl auch da eine ganz interessante Verbindung zu finden ist. Aber was ist da für Geld geflossen? Andere Investorengelder? Wie wurde das überhaupt im Team dann verbraten? Und was hat Fantastic mit diesem Geld gemacht? Kleiner Spoiler. Da ist auch einiges mit Betrug im Spiel, wie es aussieht. Aber das kommt erst noch. In diesem Video, wie gesagt, möchte ich über den Entwickler sprechen. Das ist nämlich etwas, was die Seite DualShockers ausgegraben hat. Sie haben Kontakt zu einem Entwickler und der hat einen kleinen Blick hinter die Kulissen gegeben. Und der bestätigt jetzt eben auch nochmal, was eigentlich nach dem Release gar nicht mehr anders zu interpretieren ist. Nämlich, dass das Spiel entgegen allen Ankündigungen niemals wirklich als MMO geplant war. Oder vielleicht irgendwann mal geplant, ganz am Anfang, aber es hat nie wirklich als MMO funktioniert. Er selber hat das nie als MMO-Projekt gesehen. Keiner aus seinem Team hat überhaupt eine Ahnung, warum das als MMO bezeichnet wurde. Das war immer ein Third-Person-Shooter mit Koop-Mechaniken, aber keine Rollenspiel-Mechaniken. Skills waren zwar eine Idee und sie haben die auch mal als Prototypen drin gehabt, aber das war es schon. Und das steht ja im starken Kontrast zu den Tradern, wo sie diesen Eindruck vermittelt haben. Und nicht nur vermittelt, das war ja ganz klar die Ansage zum Beispiel in der Steam-Beschreibung oder auch in den offiziellen Texten. Hier ist es immer Survival MMO. Auf die Nachfrage, warum denn das Marketing und das Development, die Entwickler von dem Spiel so unterschiedliche Ansichten über das Spiel hatten, hat er vor allem darauf hingewiesen, dass die Kommunikation mit den Fantastic-Gründern Eduard und Eisen Gottovcev so schwierig gewesen sei. Also sie hätten sich das gar nicht erklären können und es besteht die Möglichkeit, dass die CEOs, also die Chefs, irgendwas wussten und ihnen das aber nicht gesagt haben. Aber jetzt von einem rein technischen Standpunkt gab es eben keine Rollenspielelemente, die wurden nicht implementiert. Und es gab auch gar keine Möglichkeit, eine Menge von Leuten im fertigen Spiel, weil wir das ja kaum fertiges Spiel nennen, aber in dem Early Access, den sie veröffentlicht haben, waren ja diese instanziierten Einheiten. Wenn man die Homebase verlassen hat und dann in diesem Stadtteil unterwegs war, konnten da bis zu 32 Leute gleichzeitig unterwegs sein. Und das war es auch. Und rein von ihrem Technik Grundgerüst gab es auch gar nicht mehr Möglichkeiten, mehr Leute entweder in ein Gebiet zu lassen oder die Welt auch viel größer zu machen. Und von Anfang an war die Idee, dass die Server unter 100 Leute sein sollten. Und das ist halt nicht ein MMO, sagt er auch selber. Es gibt keine Clans, keine Raids, es gibt keine Hubs. Und das war während der ganzen zwei Jahre, wo er an der Entwicklung mitgemacht habe. Ganze Zeit so. Es hat sich nie geändert. Es war auch nie anders irgendwie angegangen worden. Und trotzdem wurde während der zwei Jahre immer wieder ganz anderes Bild vermittelt, ganz andere Sachen versprochen. Jetzt wo es raus ist, weiß ja jeder, dass es im Prinzip ein Extraction Shooter ist. Und schlechter noch dazu. Aber das Grundprinzip ist das einfach. Und das ist auch, was der Entwickler sagt, dass sie das so ein bisschen als eine Mischung aus Rust, Daisy und Escape from Tarkov gemacht haben. Und gerade Escape from Tarkov ist halt der reine Extraction Shooter. Also diese Mischung haben sie angestrebt. Dass sich dann aber nie so eine richtige Vision rausgebildet hat, die dann auch eben gut vermittelt werden könnte, außer den Lügen, die sie hatten, lag auch an den beiden Chefs, den God of Chefs. Die haben jede Entscheidung getroffen fürs Gameplay und fürs Design. Und die ganze Arbeitsumgebung war wohl super chaotisch, weil die ganz oft ihre Meinungen geändert haben. Und sie haben auch nicht wirklich Feedback vom Team entgegengenommen oder andere Meinungen zugelassen, sondern die haben einfach mal immer so große Sachen entschieden, weil sie dachten, sie wissen das jetzt genau, wie es geht. Und was das Dev-Team dazu gesagt hat, war praktisch irrelevant. Als ein Beispiel nennt er den Voice-Chat. Den hätten sie ja gerne drin gehabt als Entwickler. Ist ja auch total naheliegend. Aber da hatten die beiden, die Eduard und der Eisen, God of Chef eben, waren davon nicht überzeugt. Und dann ist es halt nicht reingekommen. Und wenn sich einzelne Entwickler zu sehr beschwert haben, wurden sie vom Team geschmissen. Und dann wurden halt nachdessen eine Menge dumme Ideen implementiert, auch wieder rausgenommen, wenn sie nicht funktioniert haben, wieder reingetan, weil sie unbedingt wollten, dass es doch dann irgendwie drin ist und weil sie einfach dachten, dass sie besser wissen als die Entwickler oder als andere, was die Leute da draußen wirklich wollen. Und ich meine, wenn sie für die Trailer verantwortlich waren, hatten sie zumindest ein gutes Gespür dafür, was die Leute so als Fantasie wollen. Ob das nun im Spiel funktioniert und in ihrem Spiel vor allem funktioniert, ist die andere Frage. Anscheinend ja zumindest nicht mit dem, was der Entwickler hier sagt. Auf jeden Fall ist da eine gewaltige Menge von Zeit und Arbeit draufgegangen, weil sie halt diese gleichen Arbeiten immer und immer wieder machen mussten, obwohl das am Ende gar nicht geklappt hat. Ja, und wer eben gesagt hat, die Leute sind einfach rausgeflogen, wenn es dann doch zu hitzig wurde. Da war man halt, wurde man gefeuert, der Vertrag wurde aufgelöst. Und deswegen haben die Angestellten irgendwann angefangen, einfach nicht mehr zu widersprechen oder den Konflikt zu suchen, weil sie halt nicht ihren Job verlieren wollten. Und kurz nach dem Release hat sich der Eduard dann beim Team gemeldet und hat gesagt, dass der Day Before eben finanziell ein Reinfall war. Wir haben noch diese Statistiken gezeigt, wo auch diese Screenshots geleakt sind von diesen über 200.000 Verkäufen. Das war ja kurz nach Release, wovon auch schon zu diesem Zeitpunkt über 90.000 Refunds waren. Und aber auch zu erwarten, dass diese Zahl noch deutlich ansteigt, auch wenn es natürlich ein paar mehr Verkäufe gibt. War aber klar, das wird schwierig. Und das hat sich auch schon abgezeichnet, dass dann Valve irgendwann eingreifen wird, wenn das diese Ausmaße annimmt. Und dann war das anscheinend die Entscheidung und der Anstoß dafür, das Studio zuzumachen. Es ist auch zu vermuten, das sagt auch der Entwickler, aber das ist an der Stelle eine Spekulation. Also viele Sachen hat er ja ganz andeutig gesagt, aber das ist wohl offensichtlich eine Spekulation, dass sie absehbar kein Geld von Steam bekommen haben und dass es aber vielleicht auch Druck vom Publisher gab und auch da keine Gelder mehr von MyToner. Und dass das am Ende der ausschlaggebende Grund war. Und das ist ein bisschen schade, weil das für mich mit der spannendste Grund ist. Warum wurde es tatsächlich vier Tage nach Release geschlossen? Weil wenn sie ein bisschen länger durchgehalten hätten, mit so ein paar Patches, mit ein paar Sachen, der Backlash war schon riesig, muss man schon sagen, wahrscheinlich auch mehr als sie erwartet haben. Sie wussten natürlich, dass ihr Spiel kompletter Shit ist, das ist nicht die Frage. Aber dass die Reaktion so heftig ausfallen würde, haben sie halt nicht gedacht. Und sie hätten sich wahrscheinlich am liebsten noch ein bisschen durchgeschleppt, das Geld von Steam noch mit eingesackt, was jetzt eben nicht der Fall ist, wie ich im letzten Video schon erklärt habe. Und gleichzeitig mit MyToner irgendwie noch so eine Art Geschäftsbeziehung aufrechterhalten, um das Spiel dann irgendwann im nächsten Jahr langsam sterben zu lassen, wie sie es auch schon mit anderen Games gemacht haben. Und das wäre der Plan gewesen. Und dann hätten sie einigermaßen gut Geld rausgezogen. Dass es jetzt so ganz gegen die Wand gefahren ist, macht vieles von den Plänen kaputt. Sie haben einiges Geld von MyToner und von Investoren eingesammelt und in den letzten Jahren auch tatsächlich, muss man eigentlich sagen, wahrscheinlich Geld abgezweigt. Das ist eben ein Thema in dem nächsten Video, übernächsten Video. Aber dieser letzte Part ist, für sie, glaube ich, ganz schön schief gelaufen. Und ich denke auch, dass da MyToner eingeschritten ist. Es gibt da irgendwie komische Verflechtungen. Sie haben so eine Art Joint Venture, das heißt MyToner Fantastic. Und da haben beide irgendwie Anteile dran. Wie das jetzt mit dem Ding weitergeht, ist auch interessant zu sehen. Aber eben, dass es komplett abgestürzt ist, war halt einfach dann zu viel. War natürlich auch sozusagen Fluch und Segen. Das Spiel hat sich ja am Anfang super verkauft, weil die Aufmerksamkeit so groß war und viel mehr als es jetzt andere, es gibt auch andere schlechte Spiele oder Spiele, die zu viel versprechen auf Steam. Aber die haben halt nicht diese Aufmerksamkeit. Und deswegen war auch dann der Backlash so groß und das hat dann zu diesem ganzen zusammengefallenen Kartenhaus geführt. Das war also das Statement von jemand, der wirklich mal in der Entwicklung beteiligt war. Weil wie gesagt, gibt es auch noch ein paar Statements und Meldungen von Leuten, die eher auf der Community-Seite und der Volontier-Seite da waren. Und das schaue ich mir als nächstes auch nochmal an. Für heute war es das erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.